Ich habe heute hier in Winterthur gesehen, dass die Schweiz gut aufgestellt ist, um diese Klimakrise zu meistern. Wir haben die Technologien, wir haben die Innovation, wir haben die guten Leute mit den richtigen Ideen und wir haben gesehen, dass Investitionen in den Klimaschutz nicht nur funktionieren, sondern dass es sich auch lohnt, auch ökonomisch. Das ist eine gute Nachricht für uns alle, weil wir können Klimaschutz besser bewältigen und wir können gleichzeitig aber auch Arbeitsplätze schaffen, hier ganz lokal, hier in Winterthur. Und ich denke, wenn wir die Rahmenbedingungen gut setzen, dann können wir auf diesem Weg weitergehen. Wir tun das unter anderem mit der Abstimmung im Juni über das CO2-Gesetz. Dort entscheiden wir, dass wir auch in Zukunft die Weichen richtigstellen.